Fantastisch! Sehr gut, sehr gut, sag ich da nur. Der Kleine, guckt mal! Hat der so Hasenzehnen oder was? Ich hab jetzt mal versucht, mir so ein Bowler-Deck zusammenzustellen. Ich hab keine Ahnung, ich hab ihn ja wie gesagt gerade mal auf Level 1. Er wird also noch relativ schlecht sein. Wie sieht er denn hier aus? Sieht so lustig aus. Ohne dieser große blaue Kerl mag die einfachen Dinge im Leben. Dunkeltes Elixier trinken und Steine werfen. Seine riesigen Felsbrocken prallen von ihrem Ziel ab und schlagen dahinter noch einmal ein. Okay, er macht Boden kaputt bzw. Bodenziele. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein ins erste Spiel. Testen einfach mal, ob er funktioniert oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Sofort ein Level 11er. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Ja, sofort mal Level 11er. Großartig. Vor allem sofort eine Level 3 Prinzessin. Okay, das wird glaube ich kein... Das wird kein guter Start für unseren Bowler werden. Ist auch wie gesagt das allererste Mal, dass ich ihn überhaupt benutze. Mal gucken, vielleicht wird er funktionieren, vielleicht wird er auch nicht funktionieren. Ich lass es... Level 3 Legendaries ist schon übel. Ja. So, 10 Elixier. Oh, komm, 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 komm. Oh, der kostet 6, ne? Das heißt, ich brauch 12, bis ich ihn mal kaputt... Bis ich ihn mal ab... Lord, er setzt selber ein. Okay. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die lag... Er freest meinen... Er freest meinen... Er freest meinen... Mein Königsriesen, okay. Aber... Ah, Königsriesen, komm. Ah, wir sind sogar halbwegs durchgekommen. Der Bowler ist geil. Ich liebe den Bowler. Jetzt schon... Jetzt schon alle meine Lieblingstruppen. Bam, 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 bam. Komm, Bowler. Komm, Bowler. Komm, Bowler. Komm, Bowler. Komm, Bowler. Jawohl, sauer. 1.800. Oh, unser Turm hat kaum noch was. Unser Turm hat noch 573. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal nur den Bowler mal einmal testen. Ob er funktioniert. Und wenn er... Wenn er funktioniert. Wie er funktioniert. Alles kein Problem. Ja, komm ruhig an mit deinen zwei Legendaries. Alles kein Problem. Okay. Jetzt muss ich mir nur was überlegen. Was machen wir jetzt am geschicktesten mal gegen den Eismagier? Gegen Eismagier? Keine Ahnung. Muss mal testen. Der ist echt schon stark. Er ist echt schon stark. Ich brauche jetzt die Lakaien wieder. Jetzt wird er mich gleich wieder freezen. Jetzt wird er mich gleich wieder freezen. Komm, 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 komm. Lakaien, 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 Lakaien. Er freezt beide. Aber wir haben die Lakaien. Die Lakaien kümmern sich jetzt hoffentlich auch um den Rest. Boah, wie schnell der einfach... Wie schnell der einfach meine Sachen kaputt macht. Aber wir sind fast durch. Oh, der Bowler ist geil. Der Bowler ist richtig geil. So, jetzt. Zack. Ja, komm ruhig her mit deinem... Ja, komm ruhig her damit. Ist mir jetzt egal. Ich habe den Bowler. Ich habe noch den Bowler. Ich brauche den Rest gar nicht. So. Er kommt nämlich nicht durch. Alter, wie geil. Wir hauen ihn kaputt. Wir hauen ihn kaputt. So. Komm, mach es. Mach es. Okay, scheiße. Er kommt auch durch. Er kommt auch durch. Oder kommt er durch? 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 Ha, 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 ha. Er kommt nicht ganz durch. Er kommt nicht ganz durch. Selbst wenn er das jetzt schafft. Oh, das... Nicht schießen. Nein, er hat es doch gerade geschafft. Ach, Mann. Das ist doch unfair. Ich war so knapp... Ich war so knapp dran. Ich war so knapp dran, ihn zu besiegen. Ohne Scheiß. Ein Angriff. Hätte er einen Angriff noch. Mann, ärgerlich. Okay, jetzt. Ja, jetzt wird er mich wieder freezen. Ist klar. Oh. Oh, 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 oh. Ich brauche den Knall. Ich brauche den Knall. Ich brauche den Knall. Komm, komm, Knall, komm, Knall. 1600, 1400. Oh, jetzt wird es übel. Oh, jetzt noch gerade eben so die gesetzt. Aber wir kommen halbwegs durch, ne? Wir kommen halbwegs durch. Das war nicht gut. Jetzt kriegt er da wieder durch. Es ist so echt ein Spiel auf... Ich muss mich jetzt auf der einen Seite muss ich mich jetzt immer echt konzentrieren, dass wir jetzt hier was hinkriegen. Auf der anderen Seite macht es aber auch, muss ich sagen, dieses Spiel macht schon echt Spaß. Okay, da noch was hin. Ach, verdammt. Das war's, glaube ich. Das könnte jetzt gewesen sein. Ja, das könnte es jetzt gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich nochmal den Königsriesen setzen kann. Bei 800? Ich brauche einmal noch den Königsriesen. Nein, ich habe wieder den Feuerball versetzt. Ja, das war's. Oh ne, wir haben's geschafft. Wir sind in die Overtime gekommen. Wir haben's geschafft. Wir haben verteidigt. Unentschieden. Besser als nix, oder? Besser als nix. Muss ich sagen, bin ich schon mal ganz zufrieden eigentlich, auch wenn wir keine Truhe bekommen haben. Aber ich habe ja noch die, ich habe noch die Turniertruhe. Bei der Turnier ist das aktuell immer so, ich habe angefangen das Turnier zu spielen, hatte dann aber irgendwann keine Zeit mehr, weil ich kann nicht zwei Stunden durchspielen. Hab dann, glaube ich, die ersten beiden Kämpfe habe ich direkt mal verloren. Danach habe ich sogar einige Kämpfe dann gewonnen. Ich glaube, fünf auf fünf am Stück gewonnen. Also zwei Niederlagen und dann fünf Siege. Und dann war ich dann irgendwo im Mittelfeld. Ja, nur ein Riesenskelett bekommen. So, gegen einen Chinesen. Und wir gucken mal, was wir jetzt machen können mit dem Bowler. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas wird oder nicht. Wir warten jetzt bis neun ungefähr. Setzt jetzt den Königsriesen. Hoffentlich setzt er jetzt gleich irgendwas. Was? Okay, er setzt den. Reichen die Pfeile da aus? Nein, die Pfeile reichen nicht ganz aus. Allerdings, ah, top. So, komm jetzt. Komm jetzt, 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 zack, der ist auch down. Hm, jetzt wird es natürlich übel. Weil ich jetzt nichts zum Kontern habe. Ja, top. Wunderbar. Doppel, Doppelspitze mal wieder. Ja, geil. Mann, mach doch den Kackballon kaputt jetzt, Mann. Kann nicht so schwer sein. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Jetzt haben wir 500 ein, jetzt weiß ich zumindest, was er hat. Jetzt weiß ich zumindest, was er hat. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen soll. Selbst für ne Königsriesen nochmal. Ich mein, der Bowler auf Level 1 ist so schlecht. Ich mag ihn. Ist einer meiner Lieblingstruppen, aber auf Level 1. Komm jetzt, das muss doch reichen. So, 600. Zack, 400. Zack, 200. Wunderbar. Kanone hingestellt, wunderbar. Jetzt kann er ruhig gleich seine Doppelspitze bringen. Das ist mir dann egal. Den Sepp können wir einmal benutzen, um ihn da schön zu klauen. Da kann ich drüber. Wupp. Das haben wir schon mal abgewehrt. So, das haben wir schon mal abgewehrt. Ah, toll, sie geht auf die Kanone. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Kanone wird so leicht noch... Ah, der überlebt nicht mehr. Okay. Jetzt muss ich mir was überlegen. Er wird gleich hundertprozentig... Er wird gleich hundertprozentig wieder... wieder den Ballon auspacken. Ah, top. Kann ich den Feuerball direkt auf alles drauf dreschen. Setze die Kanone so als leichte... Ja, sagen wir mal, so als leichte Defense dahin. Und jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ich hab leider nur die Minions als Verteidigung. Oh, 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 oh. Okay, er setzt den Riesen. Ich muss auf den zweiten Turm jetzt mal langsam gehen. Das bringt ja nichts. Ich muss jetzt auf den zweiten Turm gehen. Komm jetzt. Minions kaputt machen, bitte. Zack, sauber. Noch eine Kanone. Jetzt muss ich... Jetzt brauche ich ein Wunder. Jetzt brauche ich ein Wunder. Jetzt brauche ich ein Wunder. Ah, das kriegen wir. Komm, 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 komm. Hauptsache nicht den Turm. Hauptsache nicht den Turm. Hauptsache nicht den Turm. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tausend noch. Ich meine, er hat noch 100. Der hat noch 100. Ich meine, das gewinnen wir sogar. Das gewinnen wir sogar eigentlich mal. Sehr gut. Sehr gut, wir gewinnen. Sehr gut, wir gewinnen. Kann er jetzt... Ah, geil. Die Minions gehen direkt drauf. Die Minions gehen direkt auf seinen... Die Minions gehen direkt auf seinen Ballon. Sehr gut. Prinzessin, du bist gleich tot. Zack, Prinzessin tot. Ich kann jetzt da noch eine Königstrisse setzen. Ah, Mist. Wir gewinnen nicht ganz. Also wir gewinnen schon, aber... Es war so knapp. Guck mal, meine Türme haben kaum noch was. Die haben kaum noch Energie. Die haben kaum noch Energie, die Türme. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Guck mal, wir gucken mal jetzt mal eben nach. Bowler könnte ich nicht upgraden. Guck mal, wie viel ich upgraden kann. Ich kann so viele Karten upgraden. Ja, die habe ich schon auf Level 6, weil ich da echt so viel von bekommen habe. Die Karten kriege ich hier unten natürlich. Die legendären Lumberjack. Äh, das Holz. Und noch den Funky, die fehlen mir noch. Kriege ich noch. Kriege ich noch. Ansonsten spenden kann ich gerade auch nichts. Turniere. Können wir mal gucken, ob wir noch eins finden. Döner. Was haben wir jetzt hier? Ich komme... Du kommst nie in ein Turnier rein. Auch wenn da immer steht, äh... Weiß ich nicht. 1 von 50. Es klappt trotzdem nicht. Deswegen mache ich dann immer Aktualisieren ein paar Mal. Bis irgendwo... Mal eins kommt, wo ich auch mal beitreten kann. Heute Morgen hatte ich mal einmal Glück, dass ich in eins reinkam. Aber ansonsten sah es dann auch immer schlecht aus. Das ist... Das ist Mist. Das müssen wir ändern. Wir müssen uns immer noch so einen Turnierfilter einbauen. Denn die sind ja alle schon am Laufen, die Turniere. Dass man irgendwie mal noch Offenes sucht. Oder mal sucht, wo... Die noch nicht angefangen haben. Einfach. Ja. Die ist natürlich jetzt schon voll. Findest jetzt auch wieder nichts an Turnieren. Zum Beispiel das hier. Geh mal Bier holen. Zack. Da. Ist jetzt... Ist jetzt schon im Lauf. Ist jetzt schon voll. Wobei ja. Steht jetzt noch 1 von 50. Aber es sind natürlich jetzt schon... Es sind schon 50 drin. Ja. Ganz großartig. Aber ich würde sagen, sind wir am Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Einen Daumen nach oben natürlich. Und sehen wir uns später wieder. Bei... Einer Runde der Clash of Clans. Summoners War. Oder Clash Royale mit mir de Fred. Macht's gut. Adios. Ciao.